joey leute hier ist euer mister konnte mein name ist rafael und willkommen zu einem kleines unboxing video zu draco weight glasius glasgeros kertos wala kurs und grinniger ist genau ich habe die alle ganzen boxen ich wollte euch jetzt sagen dass ich gerade hier ein paar sachen sammeln hier habe ich dadurch habe ich engels fehler diamanten des 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 obsiden und so weiter jetzt machen wir die boxen auf und dann bin ich echt gespannt was ich hier so raus bekomme cool 250 k cool 500 k alter ich dachte schon es wäre jetzt naja cool 250 naja 70 k 70 k alter ich habe voll glück antragung und kristall da ich hoffe ich bekomme jetzt ein jubel kano krass kreiber und kristalle den krank kann ich noch verkaufen cool kleiner rohr bin ich ja voll glück wieder 500 k alter 50 k 2 k 6 engels fehler und 200 k also ich habe nur kano bekommen bin ich glücklich damit da kann ich stoppen hatte ich krieg dann alles mal dahin also ich habe vulkaner bekommen jetzt dann 12 engels fehler dann kann ich auch dahin legen dann ein ding habe ich da bekomme ich habe eigentlich noch eins und das muss ich dann hinlegen richtig geil richtig glück gehabt also ich habe das heute alles gefahren war heute schon hart aber hier noch mal hier ein 20 stück habe ich schon bei 47 davor 25 geboren da sind dann 1,25 k k habe ich bekommen richtig krass richtig krass dann davon noch 600 k noch bekommen habe ich ist 1,2 ich habe noch diese violetten müssen diese will anhand die habe ich schon dahin gelegt was er bitte noch davon und kristalle kann ich dann noch hinlegen dran kann ich auch in den kanten sammle ich jetzt dann auch jetzt bitte erst alle kann ich da hinlegen eine vulkaner kast vulkaner also freut mich eigentlich dass ich jetzt so kann wieder habe kann ich dann jetzt jobben gehen die art lieber darunter dann später genau ja also ich würde da mal sagen das hat sich heute gelohnt ist vor allem in zirka ich drei kaka ungefähr gemacht ich rechne jetzt nicht ungefähr drei millionen habe ich heute gemacht durch die boxen auf machen hat also ich kann euch einfach nur empfehlen auch einfach die weights zu machen weil die lohnen sich echt aufzumachen weil wir sieht klar zu was würde ich auch machen draco auch kürze von christian engels fehler bekommen und dann diese vollendung und so 85.2 boxen vision sowie diese dinge hier ich habe bald davon bald fünf kaka davon bald ein kaka genau davon will ich dann auch immer mal zehn kaka haben ja ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ihr wollt könnt ihr mir auch einen daumen hoch geben und ja viel spaß beim zocken lasst euch nicht abzocken und bis zum nächsten mal ciao